Guten Abend, Rudolf Augstein ist tot. Der Gründer und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel starb heute Morgen im Alter von 79 Jahren in Hamburg. Wir haben deshalb das Programm geändert und widmen die folgenden Stunden Rudolf Augstein. Die Nachricht von seinem Tod hat bundesweit Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft würdigten die Lebensleistung des Publizisten Augstein, auch Bundeskanzler Gerhard Schröder mit einer sehr persönlichen Rede. Wer Rudolf Augstein wie ich persönlich gekannt hat, der hat noch einen anderen Aspekt seiner Persönlichkeit, seines Charakters kennengelernt. Er war nicht nur jemand, der über einen brillanten Verstand und über große Analysefähigkeit verfügte, sondern er war auch ein außerordentlich humorvoller Mensch. Jemand, auf dessen Urteil man Wert legen konnte und ich habe auf sein Urteil Wert gelegt. Er hat mir, ohne dass das je an die Öffentlichkeit geraten ist und geraten sollte, viele Ratschläge auch noch in der letzten Zeit gegeben. Nicht alle habe ich befolgen können, aber immer war die Kommunikation mit ihm auch für mich außerordentlich wertvoll. Ich denke an ihn mit großem Respekt vor seinen historischen Leistungen, aber ich denke an ihn auch mit Zuneigung vor einer Persönlichkeit, die seinesgleichen sucht. Ich finde, dass man wirklich sagen kann, dass Deutschland mit ihm einen der ganz Großen seines Geisteslebens verloren hat. Rudolf Augstein starb zwei Tage nach seinem 79. Geburtstag. Sein Lebenswerk war das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Mit Augstein verliert die Republik nicht nur einen herausragenden Publizisten, sondern auch einen unbestechlichen Kämpfer für Meinungs- und Pressefreiheit. Rudolf Augstein auf dem 50. Geburtstag des Nachrichtenmagazins der Spiegel. Trotz Krankheit blieb Augstein bis ins hohe Alter eine politische Instanz. Bis zuletzt schrieb er im Spiegel Kommentare zur aktuellen Politik. Nach dem Tod von Zeitherausgeberin Gräfin Dönhoff verliert die Republik heute den letzten großen Publizisten der bundesdeutschen Nachkriegszeit. Das ist ein großer Verlust für die Republik. Er gehört mit zur Gründergeneration, Marion Dönhoff, Siegfried Unselt und Augstein sind drei ganz verschiedene Persönlichkeiten, denen es gelungen ist, die Öffentlichkeit zu demokratisieren in einer anfangs noch sehr autoritären Republik. Zweifellos war die journalistische Ambition. Das war sein Leben. Er war der geborene Journalist, aber er war auch ein weiser und kluger Verleger. Also das muss man schon sagen. Also dass er den Spiegel so durch die Zeiten gesteuert hat, das ist ja auch eine große verlegerische Leistung. Und wir waren ja Partner beim Spiegel und sind Partner beim Spiegel. Und wir haben uns immer bestens verstanden. Also es gab keinen Streit. Rudolf Augsteins Vermächtnis ist das deutsche Nachrichtenmagazin. Der Spiegel etablierte den investigativen Journalismus in Deutschland. Augstein entwickelte das Unternehmen zu einer stetig wachsenden Verlagsgruppe. In der Medienwelt genoss er höchste Wertschätzung. Ich habe Rudolf Augstein häufig getroffen und es waren eigentlich meistens sehr fröhliche Treffen, die man mit ihm gehabt hat. Auf der einen Seite, weil man immer gefeiert hat und zum zweiten, weil er ein brillanter Kopf gewesen ist, sodass man immer sich köstlich amüsieren oder auch köstlich streiten konnte. In Berlin löste die Nachricht vom Ableben Augsteins große Betroffenheit quer durch alle Parteien aus. Er war eine der ganz großen, wenn nicht die größte Persönlichkeit des deutschen Journalismus. Ich selbst habe ihn seit über 40 Jahren verehrt, seitdem ich Zeitungsvolontär war. An ihm haben wir jungen Journalisten uns schon vor 40 Jahren ausgerichtet und ich denke, er hat seinen freien, unabhängigen Journalismus in Deutschland geprägt wie kein anderer. Kennzeichnen für Rudolf Augstein war seine Reaktion auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes in Hamburg. Er bezeichnete sich als Feind von Orden. Vor allem Journalisten sollten keine annehmen. Er war ein kluger Mann, ein streitbarer Mann, ein umstrittener Mann. Gerade das machte seine Autorität aus. Wir werden ihn vermissen. Rudolf Augstein hat sich um Hamburg und Deutschland verdient gemacht. Trauerbeflaggung am Hamburger Rathaus für den Ehrenbürger der Hansestadt. Stationen eines Journalistenlebens. Schon als Schüler interessierte sich der 1923 geborene Sohn eines Fotokaufmanns für Politik. Nach dem Krieg wurde Augstein leitender Redakteur des Nachrichtenmagazins diese Woche, aus dem der Spiegel hervorging. Von Anfang an begleitete Augstein mit dem Spiegel die Entwicklung der jungen Bundesrepublik unter ihrem Kanzler Konrad Adenauer. Der Journalist als kritischer Beobachter, Mahner und Visionär. Adenauer betrieb entschlossen die Politik der Westintegration und vernachlässigte nach Augsteins Meinung das Thema Wiedervereinigung. Ja, Nationalismus kann man es nennen, aber dann gibt es viele Nationalismen auf dieser Welt. Ist England nicht nationalistisch? Ist Frankreich nicht nationalistisch? Was erlauben sich die USA nicht alles jetzt? Also in dem Sinn bin ich natürlich immer Nationalist gewesen. Zu einem Wendepunkt wurde der 26. Oktober 1962, als die Staatsmacht beim Spiegel einmarschierte. Ich habe aber bestimmt gesucht, was ja auch logisch war. Und mein Bruder, der sagte, ich kenne den Herrn Staatsanwalt Buback, der ist ein ordentlicher Mensch. Du musst dich dahin begeben. Ich habe ausgemacht, dass du morgen um 10 Uhr im Polizeihauptquartier erscheinst. Und da habe ich gesagt, nee, 10, das ist zu früh. 12. 12 Uhr bin ich da. Und ja, habe ich noch gefrühstückt, Sachen gepackt und dann war ich eben im Untersuchungsgefängnis. Die Spiegel-Affäre wurde zum Testfall für die Nachkriegsdemokratie. In der Titelgeschichte Bedingt Abwehrbereit hatte der Spiegel den schlechten Zustand der Bundeswehr und die umstrittene Atomwaffenstrategie des Verteidigungsministers Strauss angegriffen. Strauss trat einen Monat nach der Staatsschutzaktion zurück. Da saß Augstein als angeblicher Landesverräter noch im Gefängnis. Mein persönlicher Untergang war nicht aus. Sie wollten den Spiegel erledigen für immer. Das dachte ich. 14 Tage lang. Bis ich aus den Nachrichten merkte, es würde nicht gelingen. Nach 103 Tagen Haft kam Augstein frei. Der Spiegel wurde durch die Affäre zur Institution. In der Biografie Rudolf Augsteins bleibt Konrad Adenauer, eine der wichtigsten Bezugspersonen. Kurz vor Adenauers Tod, eine Art Versöhnung. Ich komme da rein und dann nach morgen zum Abend. Das ist natürlich unerwartet. Unerwartet von beiden Seiten. Auch als Politiker suchte Augstein die Herausforderung, zog für die FDP in den Bundestag. Ein kurzer Ausflug. Wohl auch, weil er wusste, dass er mit dem Spiegel mehr Macht hatte als die meisten Politiker. So viel Einfluss, wie wir hatten und vielleicht noch haben, kann es künftig überhaupt nicht mehr geben. Die Gründer hatten es immer leichter. Als Zyniker sah er sich selbst. Er, der nie Schwierigkeiten hatte, gegen etwas zu sein, er dafür. Oder wie Helmut Schmidt es formulierte, es ist Augsteins journalistisches Genie und zugleich seine Leidenschaft für Freiheit und Recht, die zusammen seine Leistung möglich gemacht haben. Der Spiegelgründer und Herausgeber Rudolf Augstein ist heute Morgen gestorben. Zwei Tage nach seinem 79. Geburtstag. Vor neun Jahren, als er 70 wurde, hat ihm Spiegel TV einen Film geschenkt. Stefan Aust und Tamara Duwe über das Leben eines deutschen Publizisten. Die Idee war ja doch eine journalistische Idee. Und diese journalistische Idee besagte doch, dass man auf diese Weise einer Unzahl von Leuten Stoffe und Informationen, die lohnenswert zu wissen sind, nahe bringen kann. Ich glaube, es gibt kein demokratisches Leben, das so ist, wie man es sich vorstellt. Und selbstverständlich ist die Demokratie immer mit schweren Mängeln behaft. Ich habe auch eine Schwäche für große Männer, wenn sie etwa an Leute wie Lenin oder Bismarck, Napoleon denken. Man verlangt hier ein bisschen zu viel von mir. Ich bin so ratlos wie Sie alle. Wieso soll ich aussträgen? Gerade die Konflikte, die kommen, sieht man ja nicht. Man sieht die, die da waren. Die werden registriert und haben großen Verwaltungsapparat aufbereitet. Auf jeden Fall kann ich da nicht hingehen und darum diktieren, was geschrieben werden soll. Es gibt viele Dinge im Spiegel, wie er jetzt ist, die ich gerne mache. Auch ich darf ja wohl dazu lernen und meine Meinung ändern. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich es noch weitere fünf Jahre mache. Rückblende Mai 1945. Hannover. Eine Stadt in Trümmern. Besetzt von amerikanischen und britischen Truppen. Ein 22-jähriger Leutnant der deutschen Wehrmacht kehrt zurück in seine Heimatstadt. Ohne rechte Begeisterung hat er sich durch den Krieg geschlagen. Jetzt will er neu beginnen. Er weiß nur noch nicht so recht, womit. Als Ausbildung hat er das Abitur und ein kurzes Volontariat bei einer Tageszeitung. Nun kam ich Hannover an, traf meinen braven Vater, wie er die Erbsen auspulte fürs Mittagessen. Na, eben zu Hause. Jetzt musste ich ja überlegen, was tun. Und da hörte ich, dass mein alter Foto-Chef, der war Chefredakteur einer Zeitung, die hatte eine Vorderseite, eine Rückseite. Und erschien viermal die Woche. Es war das Hannoverische Nachrichtenblatt, da war er Chefredakteur. Und es lag nahe dem Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die danach bereits im Röpfung mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun. Dann zum Strafjustizgebäude in Hamburg. Ein Haftprüfungstermin ist für seinen Bruder anberaumt. Gespannt erwarten die Journalisten das Ergebnis. Dann gleich stehen wir auf. Also meine Herren, mein Bruder bleibt weiterhin Haft. Der Haftbefehl ist aufrechterhalten, liegt geblieben, wegen Verdunkelungsgefahr. Augstein, Chefredakteur Jacobi und der Autor des umstrittenen Artikels bedingt abwehrbereit, Alas, bleiben in Haft. Bundesanwalt Löstau erläutert die Entscheidung. Es sind, wie wir aus den Unterlagen wissen, Absprachen zwischen den Beteiligten getroffen worden, als sie erfuhren, dass ein Ermittlungsverfahren wegen dieses Artikels lief. Es sind weiterhin Unterlagen vernichtet worden, wie mindestens einer der Beteiligten eingesteht. Und schließlich sind sogar während der Ermittlungen selbst jetzt Dinge passiert, die Verdunkelungsgefahr begründen. Einer der Beteiligten nämlich hat versucht, ein Schriftstück, das auf einem Stoß von Papieren lag, die noch durchgesehen werden sollten, in einen anderen Stoß zu schmuggeln, die bereits freigegeben waren. Ich hatte kein Material, das ich beseitigen wollte und natürlich habe ich darüber nachgedacht und dann mir aber gesagt, wenn es Material gibt, dann wird Alas schon dafür gesorgt haben, dass es weg ist. Einige Tage zuvor hatten Kriminalbeamte im Haus von Hans-Dietlef Becker belastende Dokumente entdeckt und verhaften jetzt auch den Verlagsleiter des Spiegel. Becker hatte offenbar auf Bitten von Konrad Alas Kontakt mit dem Bundesnachrichtendienst aufgenommen, um vor der Veröffentlichung einige Fragen zu klären. Die Fahnder sind sicher, jetzt haben sie die undichte Stelle entdeckt. Ich war erst richtig down, als der Verlagsdirektor Becker verhaftet wurde, gegen den keine Haftgründe vorlagen und mein Bruder sogar, gegen den erst recht keine Vorlagen. Und da dachte ich, sie haben es doch wohl auf seinen Untergang abgesehen. Jetzt kommt ausgerechnet die FDP-Fraktion dem bedrängten Augstein zu Hilfe. Eine Zeit lang hatte Adenauer seine Regierungspartner beschwichtigen können. Dann wurde ruchbar, dass Justizminister Stammberger FDP bei den Ermittlungen umgangen worden war. Die Liberalen drohen mit dem Bruch der Koalition. Adenauer soll im Bundestag zur Wahrheit gezwungen werden. Ein Abgrund von Landesverrat tue sich auf, entgegnet der Kanzler. Sogar das geheime Ermittlungsverfahren sei vom Bundesnachrichtendienst an Augstein verraten worden. Der Bundesanwalt hat gestern in der Pressekonferenz erklärt, dass ein aktiver Oberster Bundeswehr schon am 18. benachrichtigt hätte Augstein und die Redaktion, dass ein Verfahren wegen Landesverrats gegen sie eingeleitet sei. Und meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass nun die so Benachrichtigten und Gewernten dann nun ihre ganzen Papiere da haben liegen lassen. Das glaube ich nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen hat eben der Bundesanwalt gesagt, dauert diese Untersuchung so lange und muss so sorgfältig geführt werden, damit wir nur die Wahrheit ermitteln. Da kann man doch wirklich keinem einen Vorwurf draus machen. Aber dann kommt da ein zweites. Da ich den Adenauer sehr verehrt habe, habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass da wirklich was Unrechtes geschehen sei. Dann im Laufe der Zeit wurde mir schon klar, dass das Vorgehen der Behörden, um es schlicht zu sagen skandalös, war. Und dass man dort also einen NATO-Verrat konstruiert hat, der in dieser Form nicht wahr, nie vorgelegen hat. Aber Strauß war eben mittendrin und wie es Adenauers Art war, er ließ dann einen auch stecken. Der Präsident! Fast zwei Wochen lang hatte sich Franz Josef Strauß aus der Schusslinie halten können. Am Ende aber geht es ihm doch an den Kragen. Er muss das nächtliche Telefonat zugeben, das zur Verhaftung von Konrad Ahlers führte. Ganz bewusst habe er sich aus dem Ermittlungsverfahren herausgehalten, beteuert der Minister. Doch niemand mag ihm das glauben. Glauben Sie, dass Sie die Behauptung aufrechterhalten können, die Sie in der Öffentlichkeit gemacht haben? Dass Sie nämlich mit diesem ganzen Verfahren nichts, gar nichts zu tun hatten? Der Generalbundesanwalt hat am 9. Oktober das Verteidigungsministerium um ein Gutachten ersucht. Ich habe davon nichts gewusst. Ich habe mit der Entgangssetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die danach bereits im Röpfung mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun. Strauß' Parteifreunde sind entsetzt. Durch seinen eigenwilligen Umgang mit der Wahrheit hat er sich ins Abseits manövriert. Mir war gar entweder Sturz Adenauer oder Strauß. Strauß war auch bereit zu gehen. Er sagte, ich gehe zu dem Alten und dann wollen wir sehen, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie das ausgeht. Bei mir würde er wahrscheinlich sagen, er hat von vielen nichts gewusst. Er wusste aber alles. Er war von Anfang an voll eingeweiht. Aber Strauß hat immer gesagt, wenn es der Partei nützt, dass ich zurücktrete, wenn es für die Partei besser ist, dann trete ich auf jeden Fall zurück. Ausgerechnet Konrad Adenauer hält sich für den heimlichen Sieger der Debatte. Dass draußen Tausende auf die Straßen gehen, vehement die Freilassung Augsteins und den Rücktritt von Strauß fordern, beeindruckt den Kanzler überhaupt nicht. Er macht unbeirrt weiter mit seinem Feldzug gegen die vermeintlichen Landesverräter. In einem handschriftlichen Vermerk erinnert sich Bundesanwalt Albin Kuhn später, wie Adenauer am 12. November den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Reinhard Gehlen zur Rede stellte. Über ihn, so glaubt er, sei die streng geheime Nachricht vom laufenden Ermittlungsverfahren an den Spiegel weitergeleitet worden. Anschließend, so schreibt Kuhn, habe der Kanzler verlangt, Gehlen weiter zu vernehmen und, falls erforderlich, zu verhaften. Wir wollen die Leute ausfindig machen, die unter Brechung ihres Diensteides nun solche Nachrichten dem Spiegel gegeben haben. Spiegel hin, Spiegel her, meine verehrten Herren. Das ist für mich gar nicht von so großem Interesse. Aber für mich ist von Interesse, meine Herren, dass wir nicht in unserem eigenen Lager die Verräter haben. Was Adenauer zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, längst hat sich bei weiteren Vernehmungen herausgestellt, dass trotz guter Beziehungen zum Spiegel der Bundesnachrichtendienst dem Magazin diesmal keine geheimen Informationen geliefert hat. Aus der Haft meldet sich jetzt auch Rudolf Augstein zu Wort. Soll der Staat zugrunde gehen, damit einem Manne Genüge geschieht? Diese Frage werde ich nun nicht mehr zu stellen aufhören. Auf einer Wahlveranstaltung der CSU wehrt sich der so angegriffene Tapfer. Herr Augstein kann ruhig sagen, wir brauchen eine grundlegend andere Verteidigungspolitik. Meine Damen und Herren, auch darum geht es nicht, sondern es geht um etwas anderes. Auch in unserem Zeitalter, in einem Zeitalter, wo der Krieg kein Mittel der Politik ist oder sein darf oder wieder dazu gemacht werden darf, gibt es militärische Geheimnisse, die für den Sicherheit und Bestand unseres Volkes und der Bündnisgemeinschaft von wesentlicher Bedeutung sind. In letzter Sekunde versucht der strauchelnde Minister den Kanzler mit in die Haftung zu nehmen. Der habe von ihm schließlich die Maßnahmen gegen den Spiegel ausdrücklich verlangt. Ich stehe für das ein, was ich getan habe, schreibt Strauß an Adenauer. Muss aber auch Sie, Herr Bundeskanzler, bitten, in dieser schwerwiegenden Angelegenheit die Gesamtheit der Dinge in Ihr Urteil einzubeziehen und danach zu verfahren. Jetzt ist Ihre Stunde gekommen. Doch dieser Erpressungsversuch nützt ihm nichts mehr. Der Druck aus der FDP auf den Kanzler wiegt ungleich schwerer. Das Schicksal des Verteidigungsministers ist besiegelt. Da war eben der Schlusspunkt. Dann sind ja alle Minister zurückgetreten. Man hat gesagt, dem Adenauer kann man einen so würdelosen Rücktritt nicht zumuten. Die Minister alle zurück und dann alle wieder rein ohne Strauß. Elegante Lösung. Niemals wird Strauß den Verdacht loswerden. Der listige Alte habe alles so arrangiert, um ihn zu ruinieren. Adenauer erzählte mir die Geschichte, dass er ja den Strauß gar nicht entlassen hätte, sondern er hätte sich praktisch selber entlassen. Aber er sagte dann zu mir, wissen Sie was, junger Freund, sagen Sie mal Ihrem Freund Strauß, dass man so einen wichtigen Posten wie den des Verteidigungsministers nicht einfach so wegwirft. Schwere Stunden formen den Mann, raunt der Kanzler seinem Minister Adenauer bei der Verabschiedung zu. Mit dem großen Zapfenstreich scheint die steile Karriere von Franz Josef Strauß ein für allemal beendet. Es war eine gespenstische, eine niedergedrückte Stimmung natürlich. Neben mir stand Lord Mountbatten und wie das vorbei war mit dem Zapfenstreich, da sagte der zu mir, Gerd, das klingt, wie wenn ein ganz großes Tier begraben wird. Und so war es auch. Traurig, niedergedrückt, Strauß verbittert im Grunde genommen, aber damit hat er sich abzufinden gehabt. Doch auch die Tage von Bundeskanzler Adenauer sind gezählt. In den Jahresfrist wird er sein Amt aufgeben müssen. Rudolf Augstein lässt man im Februar 1963 wieder frei, als letzten der Verhafteten. Das Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft geht jedoch weiter und wird erst 1965 eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Nur einen Teil der beschlagnahmten Dokumente erhält der Spiegel zurück. Es war der bis dahin größte Skandal, der die junge Demokratie erschütterte. Und die Pressefreiheit hatte obsiegt. Der Spiegel verdankte der Affäre einen Teil seines Erfolges. Schon bald konnte das Blatt seine Auflage verdoppeln. Im Grunde kündigte die Spiegel-Affäre das Ende der Ära Adenauer an. Und es war zugleich der Beginn der Bewegung, die dann die 60er Jahre erfüllte. Nämlich nach der Spiegel-Affäre begann die Unruhe an den Universitäten, die dann in der 68er-Bewegung endete. Also ich glaube, dass beide Dinge, die damals ein neues Klima in der Bundesrepublik schafften, im Grunde ihren Ausgangspunkt in der Spiegel-Affäre hatten. Rückblickend meint Rudolf Augstein heute, was sind 103 Tage Gefängnis in einem langen Leben, wenn dadurch so viel erreicht wurde. Die Eigenproduktionen bei XXP Das Nachrichtenmagazin Punkt X täglich live um 19.30 Uhr. Ein aktueller Gast, ausführliche News, intensive Interviews. Mit Meinungsführern und Machern, nicht nur aus der Hauptstadt. Man kann sagen, der Möllemann ist ein Idiot. Ich sage, er ist kein Idiot, er ist ein Opportunist. Das war ein Anschlag, ein Verbrechen. Innenansichten der Macht und ihrer Mechanismen. Live bei Punkt X. Wenn man einen solchen Mann zu politischen Zwecken einlässt, der verrät ja einiges. Also jetzt beginne ich zum ersten Mal darüber nachzudenken, eventuell das Land zu verlassen. Den zweiten Geburtstag meiner Tochter habe ich bei einer namentlichen Abstimmung im Deutschen Bundestag verbracht. Das Geld ist für die Opfer, nicht für die Anwälte. Punkt X, das Nachrichtenmagazin. Täglich um 19.30 Uhr. Das Bundesjustizministerium, noch der Generalbundesanwalt Interpol. Ein veramtlicher spanischer Auskunft soll der stellvertretende Präsident des Bundeskriminalamtes noch in der Nacht vom 26. nach 27. Oktober eine spanische Dienststelle um Festnahme des Alles versucht haben. Das war der erste Teil dieser Mitteilung. Das trifft nach meinen Feststellungen. Gestern Abend kamen diese Meldungen heraus. Ich habe mir nun alles daran gesetzt, die äußersten Feststellungen zu treffen. Nach meinen Feststellungen trifft nicht zu, dass Herr Dickkopf, der benannt ist, ein solches Haftbesuch oder die mündliche Weiterleitung eines Haftbefehls an die spanischen Dienstbehörde gegeben hätte. Das trifft nicht zu in dieser Form. Ob nun ein anderer Beamter, meine Damen und Herren, der Sicherungsgruppe, eine spanische Dienststelle von dem Haftbefehl versteckt hat, konnte ich noch nicht ganz aufklären, da nicht alle eingesetzten Beamten befragt werden konnten. Einer ist nicht im Lande, ist für einige Wochen im Ausland. Ich habe veranlasst, dass ihm die Frage sofort fernschöpftlich in Zug geht. Ich habe diesen Teil der Ermittlungen noch nicht ganz abgeschlossen. Aber so wie es, es muss sich über einen Irrtum handeln, der ersparen zu stellen, wenn es heißt, dass der stellvertretende Präsident des Bundeskriminalamtes in der Nacht in der Form tätig gewesen wäre. Es steht aber fest, dass das Bundeskriminalamt den Text des Haftbefehls in den Vormittagsstunden vom 27. Oktober fernschöpftlich an die deutsche Botschaft durchgegeben hat. Darüber hinaus hat der stellvertretende Präsident des Bundeskriminalamtes, eben der Dickkopf, in einem anschließenden Ferngespräch, das gegen 13 Uhr etwa vom 27. geführt wurde, den spanischen Sicherheitsbehörden empfohlen, unter Aufhebung der ihm in der Zwischenzeit bekannt gewordenen vorläufigen Festnahme darauf hinzuwitten, dass Herr Ahlers sich zu einer freiwilligen Rückreise in die Bundesrepublik einverstanden erklärte. Bei diesem Telefongespräch wurde dem stellvertretende Präsidenten des Bundeskriminalamtes von der spanischen Sicherheitsbehörde mitgeteilt, dass sie diesen Versuch und zwar stattgeben wolle, aber jedenfalls Herrn Ahlers als unerwünschten Ausländer abschieben werde. Sie hätte deshalb auch auf die Mitteilung hin, dass ein Haftbefehl des Bundesgerichtshofs vorliegen, er hat alles in der Absicht vorläufig festgenommen, ihn als unerwünschten Ausländer unverzüglich abzuschieben. Soweit meine bisherigen Feststellungen. Und vielleicht zur Ergänzung noch Folgendes. Es ist die Behauptung erhoben worden, bitte. Es sind die Feststellungen, die ich von gestern Abend, da war zum Teil in der Nacht bis heute früh, treffen konnte. Ich dachte, ich habe die Meldung, die Meldung des spanischen Informationsrats, wie Sie gestern Abend bekommen. Und es ist noch die Behauptung erhoben worden, Interpol wäre eingeschaltet gewesen. Sie werden das Demente der Deutschen und der Europäischen Interpol gehört haben, der mich mit nur an eigenen Feststellungen anschließen kann. Zusatzweise an Abschlussmittag. Herr Minister, darf aus Ihrer Antwort die Bestätigung dafür entnommen werden, dass bei dem ganzen Vorgang die Grundsätze und die ausdrücklichen Regelungen und Statuten des internationalen Rechtshilfeverkehrs verletzt worden sind. Und zwar verletzt worden sind mit dem Ergebnis, dass mindestens nun bei spanischen Stellen eine Täuschung bewirkt worden ist. Und zwar eine Täuschung so, als wenn Interpol tätig geworden wäre. Ich habe bei meinen bisherigen Untersuchungen, und ich möchte das nachdrücklich zurückweisen, ich halte das auch hier gar nicht möglich, dass ich die Stellen, für die ich verantwortlich bin, dass die unsere eigenen Stellen oder gar ausländische Stellen täuschen wirken. Das halte ich für ganz ausgeschlossen, ich habe auch nichts Leidiges festgestellt, aber ich bin wirklich überrascht, Herr Kollege Wittrock, dass Sie so weit gehen und einfach aus den, es steht Ihnen ja fast nichts anderes zur Verfügung, als die verschiedensten Mitteilungen in der Presse, dass Sie daraus einen solchen Vorwurf formulieren. Zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten. Abtosten der Ehre des anderen darf man das nicht. Herr Bundesinnenminister, ist Ihnen nicht bekannt, dass der von den Ihnen unterstellten Behörden gewählte Weg in Widerspruch steht zu den Grundsätzen und Regelungen und Statuten und damit Rechtsbestimmungen des internationalen Rechtshilfeverkehrs? Herr Kollege Wittrock, wenn Sie meine Erklärung genau gelesen haben, dann werden Sie feststellen, Gelesen habe ich nichts, gehört. Gehört haben, dann werden Sie feststellen, dass der stellvertretende Präsident des Bundeskriminalamtes, nachdem er von der vorläufigen Festnahme am Vormittag des 27. gehört hat, den Haftbefehl an die deutsche Botschaft im Text weitergegeben hat, mit dem Versuchen, Herrn Ahlers unter Aufhebung der vorläufigen Festnahme die freiwillige Rückkehr zu ermöglichen, die Herr Ahlers auch angenommen hat. Und das scheint mir nicht eine Sache gegen, sondern für die Auslieferungsrechtslage zu sein. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Erlauch hat eine außerordentlich geschickte Art abzulenken von dem, was eigentlich der Kern unserer ganzen Auseinandersetzung hier war, in Gedankengänge, in denen wir gemeinsam sind. Ich darf doch in aller Ruhe feststellen, wodurch denn ausgelöst worden ist diese Debatte. Sie ist ausgelöst worden dadurch, dass der Herr abgeöffnete Ritzel namens der sozialdemokratischen Fraktion eine Erklärung verlesen hat. Nun, also, meine Herren, Sie werden sich doch nicht von Herrn Ritzel distanzieren, ne? Also ist es doch eine Erklärung, die Herr Ritzel entweder namens der sozialdemokratischen Fraktion abgegeben hat oder der dieser beitritt, nicht? Und woran ich mich so wirklich gestoßen habe und innerlich empört habe, meine Herren, das sind zwei Sätze darin, die nun bei dem Hin und Her vielleicht doch verloren gehen. Ich möchte Sie noch mal vorlesen. Ich könnte mir denken, dass Sie, aber Sie, ertragen Sie mich, meine Herren? Wir sind ja im selben Parlament. Ich muss Sie ja auch ertragen. Ich muss Sie ja auch ertragen. Sehen Sie, da steht der Satz drin, dass die Fragen sich einzig und allein beziehen auf die der Aufklärung bedürftigen Vorgänge in Bezug auf das Verhalten von Ministern, Staatssekretären und des Bundeskriminalamtes bei Durchführung des erteilten Befehls auf Haussuchung und Beschlagnahme von belastenden Materiaten. Also das ist der eine Satz. Nun ist kein Minister dabei beteiligt, dabei, mit Ausnahme, meine Damen und Herren, ich sage, wollen wir uns nicht gegenseitig ertragen, es wird so viel leichter dadurch. Und, meine Herren, es war kein Staatssekretär bei der Haussuchung und bei der Beschlagnahme beteiligt. Ja, meine Herren, ich kann das nur feststellen. Es war dabei beteiligt das Bundeskriminalamt. Und nun sehen Sie, meine Herren, Der Bundesanwalt hat gestern in der Pressekonferenz erklärt, dass ein aktiver Oberster Bundeswehr schon am 18. benachrichtigt hätte Augstein und die Redaktion, dass ein Verfahren wegen Landesverrats gegen sie eingeleitet sei. Und, meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass nun die so Benachrichtigten und Gewarnten dann nun ihre ganzen Papiere da haben liegen lassen. Das glaube ich nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen hat eben der Bundesanwalt gesagt, dauert diese Untersuchung so lange und muss so sorgfältig geführt werden, damit wir nur die Wahrheit ermitteln. Da kann man doch wirklich keinem einen Vorwurf draus machen. Aber dann kommt da ein zweiter Satz, den Herr Rützel vielleicht in der Hitze oder in der Eile, mit der er das geschrieben hat, wohl gar nicht so beachtet hat. Er hat einander gegenübergestellt in dem Schlusspassus folgendes. Der Schutz gegen Landesverrat soll unser Volk vor fremder Macht und fremder Willkür schützen. Es muss dann aber auch dabei bleiben, dass der Staatsbürger gegen Willkür in eigenem Lande geschützt ist. Wenn das sehr richtig ist, meine Herren, dann braucht, und es ist auch richtig, dann braucht das doch nicht hier gesagt zu werden und es braucht doch nicht gesagt zu werden, es muss dann aber auch. Da, meine Herren. Sehen Sie, und wenn irgendwo, meine Herren, ein Beamter einen Fehler begangen hat, dann wollen wir das in aller Ruhe nachprüfen und wollen das richtig, wollen das korrigieren. Aber, meine Herren, lassen wir nicht, ich wiederhole die Bitte, und zwar aus Anlass der Verhaftung von Männern, von denen das Bundes, die Stelle des Bundesgerichts da auffassend ist, dass sie aufgrund des vorliegenden Materials dringend verdächtig sind eines Verbrechens. Lassen wir nicht in dem Zusammenhang diese Frage, Fehler, 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 Verfahrensfehler, meine Damen und Herren, lassen wir die nicht hochkommen, wir schädigen die deutsche Sache in der ganzen Welt. Wer hat auf wessen Weisung in welcher dienstlichen Zuständigkeit und auf welcher Rechtsgrundlage und auf welche Weise erstmalig und damit entscheidend von den spanischen Behörden die Festnahme des deutschen Staatsbürgers alles erbeten? Ja, Herr Kollege Ehrlich, ich bin der Sache noch einmal in sehr mühsamer Arbeit nachgegangen und habe alle mir zur Verfügung stehenden Beamten, vor allem den stellvertretenden Präsidenten, Dickkopf und den Leiter der Einsatzgruppe bei der Sicherungsgruppe eingehend gehört. Ich muss wiederholen, was ich gestern gesagt habe, dass Herr Dickkopf, so wie es von der spanischen Seite behauptet worden ist, nicht früh um 2 Uhr, so war es ja in der ersten Meldung, telefoniert hat oder einen solchen Auftrag gegeben hat und dass auch der Herr Seewicke das nicht gemacht hat. Ein Beamter steht noch außerher, der ist im Ausland, der ist dienstlich im Ausland und ich habe ihn zurückgerufen lassen und man konnte ihn noch nicht befragen. Es besteht also die Möglichkeit, nach meinen Vermutungen noch, die ich noch nicht so konkretisieren kann, aber ich bin fortgesetzt an der Sache, um Ihnen die gewünschte, ganz genaue Auskunft geben zu können. Ist Ihnen etwas davon bekannt oder haben Sie eine Vermutung, dass der Militärattaché Oster diese Festnahme vielleicht veranlasst haben könnte? Ich kann zu der Frage nach meinen Feststellungen Folgendes antworten. Das Bundesverteidigungsministerium ist durch die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes am 27. Oktober zwischen 1 und 2 Uhr morgens wie folgt verständigt worden. Bei dem erfolglosen Versuch der Festnahme des Herrn Ahlers in seiner Hamburger Wohnung habe es sich ergeben, dass Herr Ahlers sich in Spanien oder Tanga aufhalte. Der Deutsche Militärattaché in Madrid sei über diese Reise unterrichtet. Auf dem Wege der Amtshilfe für die Strafverfolgungsbehörden hat das Verteidigungsministerium dem Militärattaché in Madrid befragt, ob diese Mitteilung zutriffe. Der Militärattaché bestätigte die Mitteilung, er könne aber nicht sagen, ob sich Herr Ahlers in Spanien oder Tanga aufhalte. Der spanische Aufenthaltsort des Herrn Ahlers sei ihm bekannt. Daraufhin wurde dem Militärattaché erklärt, dass gegen Ahlers ein höchstrichterlicher Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines landesverräterischen Verbrechens vorliege. Der Haftbefehl sei mit Flucht und Verdunkelungsgefahr begründet. Der Attaché wurde in der bei Behörden üblichen Weise angewiesen, diese Tatsache den spanischen Behörden mitzuteilen. Diese seien außerdem bereits auf dem polizeilichen Wege von dem vorliegenden Haftbefehl unterrichtet. Der Attaché sollte den spanischen Behörden den ihm bekannten Aufenthaltsort angeben. Er solle außerdem auch eventuelle polizeiliche Ersuchen bei der spanischen Behörde unterstützen. Sie haben Ihre Zusatzfragen erschöpft. Herr Abgeordneter Mommer, wer hat die Weisung an Herrn Oster gegeben, die Festnahme von Herrn Ahlers zu veranlassen? In der Fragestellung steckt eine Behauptung, die in dieser Form wohl nicht zutrifft. Irgendjemand muss doch eine deutsche Behörde eine deutsche Behörde kann diese Veranlassung überhaupt nicht retten, weil alle Maßnahmen dieser Art nach dem in dem jeweiligen Lande geltenden nationalen Rechten der nationalen Behörde getroffen werden. Sie, die Spanier haben es doch nicht von sich aus getan. Meine Damen und Herren, wir müssen Ordnung halten in dieser Fragestunde. Ich habe aber vorher in meiner Antwort vermerkt, dass die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes, das Bundesverteidigungsministerium, verständigt habe in der Nacht zwischen 0.01 Uhr und 0.02 Uhr, dass bei der erfolglosen Festnahme des Herrn Ahlers sich ergeben habe, dass Herr Ahlers sich in Spanien oder Tanga aufhalte. Ferner wusste die Sicherungsgruppe bereits in der Nacht, dass der deutsche Militärdaché in Madrid über diese Reise unterrichtet sei. Nun ist Folgendes bekannt. Der Verfasser des Artikels, der immerhin im Mittelpunkt wahrscheinlich des Ermittlungsverfahrens steht, ist Herr Ahlers. Herr Ahlers war früher Pressereferent bei der sogenannten Dienststelle Blank. Herr Ahlers ist der wichtigste Auskunftsperson, das ist nicht nur Beschuldigter, sondern auch die wichtigste Auskunftsperson für die Informanten, die im Verteidigungsministerium eventuell Unterlagen oder Dokumente geliefert haben können. Wenn das Verteidigungsministerium diesem Hinweis nicht nachgeht, dann würde mit Recht der Vorwurf erhoben oder zumindest die Frage gestellt werden, warum weiß der deutsche Militärdaché von der Ausreise des Mannes, der am besten über Informanten Auskunft geben kann. Darum sind wir diesem Hinweis pflichtgemäß nachgegangen. Angesichts der ungeheuren Bedeutung dieses Verfahrens, bei dem es dem Verteidigungsministerium, ich darf das hier ganz offen und klar feststellen, nicht um Redakteure in erster Linie geht, sondern darum geht, dass die durchlässigen Stellen im Ministerium, hohen Kommandobehörden oder anderswo endlich einmal bekannt werden, warum wir seit Jahren warum wir seit Jahren uns bemühen, aus diesem Grunde ist der deutsche Militärdaché, der aus der Zeit der gemeinsamen Tätigkeit bei der Dienststelle Blank, der eine war Pressereferent, das ist ja allgemein bekannt, darum sage ich ja hier keine Besonderheiten. Der andere war Abwehroffizier. Aus diesem Grunde ist der deutsche Militärdaché, der Herrn Ahlers aus der damaligen Zeit erkennt, in der Nacht verständigt und gefragt worden, ob er etwas von dieser Reise wisse. Denn wenn Herr Ahlers, was in der Nacht in keiner Weise zu übersehen war, nach Marokko weitergereist wäre, ein Urlaubsziel, das er angegeben hatte und nicht mehr zurückgekehrt wäre, was das Ziel der Bemühungen war, dann wäre ein Schatten eines Verdachtes hängen geblieben, dass mit Hilfe einer Stelle oder einer Person aus dem Dienstbereich des Verteidigungsministeriums ein Mann nicht mehr zur Auskunft hätte veranlasst werden können, der am besten über viele Informanten nach unserer Kenntnis der Dinge Bescheid weiß. Wann ist das Bundesministerium für Verteidigung nach dem Erscheinen des inkriminierten Artikels von der Bundesanwaltschaft darüber unterrichtet worden, dass dort ex officio ein Verfahren eingeleitet worden ist und falls ein längerer Zeitraum zwischen dem Erscheinen und dieser Mitteilung liegt, warum wurde dann nicht inzwischen doch das Verteidigungsministerium tätig? Eine für mich besonders interessante und dankbar begrüßte Frage. Einen Tag nach dem Erscheinen des Artikels hat der führende Abwehroffizier der Bundeswehr Gelegenheit bekommen, festzustellen, dass der Generalbundesanwalt und die Dienststelle des Generalbundesanwalts gedenkt, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten oder einen Akt über ein Ermittlungsverfahren angelegt hat. Es bestand selbstverständlich auch für das Verteidigungsministerium die Pflicht der Prüfung. Erlauben Sie mir aber hier auch eine persönliche Bemerkung. Hätte das Verteidigungsministerium übrigens in einem Zeitpunkt, in dem ich noch fast eine Woche in Urlaub war, Anzeige erstattet, hätte es geheißen Racheakt. Erstattet es keine Anzeige, heißt es gerne und leicht dann Pflichtverletzung. Wo ist der Mittelweg? Zusatzfrage. Herr Minister, Sie sprachen bis jetzt nur vom ersten Zeitpunkt, das Ihnen bekannt wurde, einen Tag nachher. Ich frage, einen Tag nach der Veröffentlichung. Wann wurde dann ein Ersuchen, Zeitpunkt, wann wurde dann das Ersuchen der Bundesanwaltschaft an Sie gerichtet? Am 9. Oktober ist, wie ich eben erfahre, das Gutachtenersuchen gekommen. Mir persönlich ist diese Tatsache, dass ein Gutachtenersuchen vorliegt, am 16. Oktober bekannt geworden. Der Präsident. Der Präsident. Ich bin hier. In der Frage liegt, abgesehen davon, dass hier auch der Zusammenhang mit der eigentlich gestellten Frage nicht mehr zu erkennen ist, steckt in dieser Frage eine Feststellung, deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit ich nicht überprüfen kann. Ich habe gestern den Vorgang genau dargestellt. Ich habe auch die Gründe dargestellt, die zu diesem Vorgang geführt haben. Und wenn Sie die Frage so weit ausdehnen, darf ich auch die Gründe hier noch einmal anführen. In der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr hat die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes, das Verteidigungsministerium, nicht mich, verständigt, dass der Versuch, Herrn Ahlers aufgrund eines höchstrichterlichen Haftbefehles festzunehmen, erfolglos gewesen sei. Herr Ahlers halte sich entweder in Spanien oder in Tanga auf. Im Übrigen sei der deutsche Militärarchie unterrichtet. Es kann auch die Formulierung, da darüber ja keine Niederschriften oder Tonbänder vorliegen, die Formulierung so gewesen sei, der deutsche Militärarchie habe mit dieser Reise ja etwas zu tun. Wenn die Sicherungsgruppe, die bei keiner anderen Festnahme das Verteidigungsministerium verständigt hat, diese Mitteilung macht, dann steckt ja darin ein ganz bestimmter Sinn. Denn wir suchen jemanden, der wegen richterlichen Haftbefehls festgenommen werden soll, im Zusammenhang mit dem Verdacht des Landesverrats und das Verteidigungsministerium ein. Eine Stelle oder eine Persönlichkeit aus diesem Bereich weiß ja Bescheid über diese Reise. Damit war für uns die Notwendigkeit der Amtshilfe gegeben. Denn Herr Ahlers ist der Verfasser des Artikels, der im Mittelpunkt des Ermittlungsverfahrens steht. Herr Ahlers muss am besten wissen, wer die Informanten aus dem Dienstbereich des Verteidigungsministeriums sind. Nicht zuletzt deshalb, weil er aus seiner früheren amtlichen Tätigkeit noch sicherlich eine Reihe von persönlichen Verbindungen hat. Aus der Mitteilung der Sicherungsgruppe war zu entnehmen, dass sie an der Festnahme von Ahlers, gerade wegen der Aufklärung der undichten Stellen in Bonn, ein besonderes Interesse habe. Wenn nun ein Herr des Verteidigungsministeriums von der Reise weiß, diese Reise vielleicht organisiert, diese Reise vermittelt habe, dann würde der Verdacht schwer abweisbar sein, dass man, um die Informanten aus dem eigenen Dienstbereich zu schonen, einem Herrn die Ausreise ermöglicht habe. Und aus diesem Grunde ist nachts der Anruf der Grund des Anrufes erfolgt. Zusatzfrage, Herr Dr. Mommert. Glauben Sie, dass Sie nach dem, was Sie uns heute über Ihre Information und Ihre Mitwirkung in dieser Sache gesagt haben, Sie noch die Behauptung aufrechterhalten können, die Sie in der Öffentlichkeit gemacht haben, dass Sie nämlich mit diesem ganzen Verfahren nichts, gar nichts zu tun hatten? Ich darf nur die Fakten noch einmal aufzählen und dann daraus gewisse auf der Hand liegende Schlussfolgerungen ziehen. Der Generalbundesanwalt hat am 9. Oktober das Verteidigungsministerium um ein Gutachten ersucht. Oder richtiger ausgedrückt, er sucht, dass ein Gutachter ein Gutachten erstattet. Ich habe davon nichts gewusst. Bis zum 16. Oktober war ich mit Ausnahme eines Tages, an dem ich die Amtsgeschäfte noch nicht übernommen hatte, sondern nur der außenpolitischen Debatte beiwohnte, um anschließend zu einem Parteikongress zu fahren in Urlaub. Ich habe am 15. Oktober die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Ich bin am 16. Oktober von dem Gutachten ersuchen informiert worden und habe meinen Staatssekretär beauftragt, die dem Verteidigungsministerium eventuell zufallenden Amtshandlungen zu übernehmen. So ist es geblieben bis zu der Nacht von Freitag auf Samstag, als ich verständigt wurde, dass der Herr Ahlers angeblich mit Wissen des deutschen Militärattachés seine Reise in das Ausland unternommen habe. Auch diese Fragestellung ist in dieser Form unzutreffend. Und zwar unzutreffend, weil sie eine Behauptung enthält, die unzutreffend ist. Ich habe mit der Entgangssetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die danach bereits im Rundfunk mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun. Denn meines Wissens ist um 12 Uhr nachts bereits eine Rundfunkmeldung erfolgt oder kurz darauf. Zusatzfreiheit ist an den Abgeordneten Dr. Schäfer. Ich frage die Bundesregierung, ob sie in der Lage ist, aufgrund ihrer durchgeführten Dienstaufsicht... Ich frage... Das wissen Sie ja noch gar nicht, was kommt. Das wissen Sie ja noch gar nicht. Herr Präsident, ich bitte dafür, besorgt zu sein, dass ich nicht unterbrochen werde. Ein Augenblick, Herr Abgeordneter. Sie haben das Wort. Sie sind an der Frage. Bitte fragen Sie. Herr, ich frage die Bundesregierung, ob aufgrund der durchgeführten Dienstaufsicht Vorsorge dafür getroffen ist, und dass das Grundrecht des Post- und Fernmeldegeheimnisses aufgrund Artikel 10 des Grundgesetzes in vollem Umfang, soweit die deutsche Zuständigkeit dafür gegeben ist, gewahrt ist. Ich kann die Frage mit Ja beantworten. Weitere Zusatzfragen? Herr Abgeordneter Wittrock? Ein Augenblick. Herr Bundeskanzler, wollen Sie eine Frage beantworten? Eine Frage, ja. Nein, Herr Bundeskanzler, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, hier ist nach dem Geschäftsbereich des Bundesministers für das Post- und Fernmelde-Wesen gefragt. Ich möchte zur Vermeidung dessen, dass die Fragestunde aufliegt, lediglich fragen, ob der Herr Bundeskanzler zu diesem Geschäftsbereich das Wort einmeldet. Wenn ich zu dem Post- und Fernmelde-Wesen anfrage, will ich etwas erklären. Bitte sehr. Seit einiger Zeit wahre ich nicht mehr, vertraue dich, die Heimelssachen kommen nicht in Frage, über meinen Fernsprecher von Röndorf nach Bonn zu sprechen, weil offenbar ständig andere damit verbunden sind. Und ich habe den Herrn Postminister gebeten, doch gerade diesen Fall auch genau zu untersuchen. Die internationale Presse, dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrats,